Und willkommen zu Let's Play Poco Mystery Dungeon Okunistocleak Part 122 von Md614 Im Riesenbekan auf der Suche nach dem... äh... Moment... Nach dem... Die Vorhersrommel, genau! Das war's! Wie wichtig jetzt beim Terra-Pack? Ich weiß auch nicht. So ist das gleiche! Es wird eh danach im Lager vergammeln, also... Ist das gleiche! Und ich hab vergessen, wie viel Ebenes hier war. Und ich hab vergessen zu gucken. Da war ich im Dungeon gerade noch... Oh! Yay! Oh, egal! Was soll's, werden wir erstmal high! Ich bin wirklich sehr verantwortungsvoll als Anführer, das muss ich schon sagen! Immer top vorbereitet auf Missionen, weiß immer worum's geht! Wo wir sind und ähm... Ich kipp auch gar nicht während Missionen oder so. Nein, überhaupt nicht! Best Standführer ever! Und in alle Feuerfänger, oder? Ach, das ist schön! Ähm, Moment, Stock! Etwas aus Holz und einem Feuer-Pokémon werfen wäre eigentlich keine so gute Idee, aber okay. Wenn's geht! Hier ist ein Meister! Äh, ich hab echt mal was gegen Feuer-Pokémon. Ich weiß nicht, dass ich die Attacke behalten hab, obwohl sie... Naja, obwohl sie erst ein bisschen scheiße war. Ein bisschen leer. Wäre schon toll, wenn ich's mal getroffen hätte. Und da geht's auch noch... Nee, Moment, da waren wir noch nicht. Ja, bitte einmal rauf! Ja, vielen Dank, Steve! Oh, Zeit zu werfen. Ah, egal. Ich muss so der Versuchen wieder schnell einfach... Ah Gott, wo kommst du her? Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, einfach auf die Lava und weg. Obwohl dann... Ihr hättet mein Team hier umher. Allerdings würde man dann... Ja, okay, weil wir trotzdem immer noch so viele Pokémon sehen. Oh, hallo! Einen Moment, Stock! Stock! Oh, hi! Yay! Gut, äh... Oh. Käfer gegen Feuer ist nicht gut. Obwohl der nur wirft. Okay. Stein! Go, Steve! Ich glaube an dich. Ja, Steve. Hey, bleib hier! Keine Hand kommt im Team! Ach, wenn du nicht dazugehörst. Äh, Moment. So. Oh, meins! Nevermind! Oh, for fuck's sake! Ja, ganz doll... Steve! Steve! Hast du's jetzt? Schön. Ganz doll, Steve. Oh mein Gott. Ach, es schläft. Zeit aufs Wecken. Oh mein Gott, Steve! Das war super. Oh, okay. Also, danach kommt der Wasser-Lungeon. Worauf ich mich auch schon sehr freue. Sehr. Ich will das nicht. Auf mann, wir werden so kapieren. Pepper macht du was. Ich Ciao. Stein! Ja, aber, na gut. Wie, wie viel wieder war ich eigentlich jetzt? Eins. Zwei, drei, vier, fünf. Okay, noch so. noch gar nicht verloren, oder habe ich das jetzt verdrängt? Ich glaube, wir haben noch gar nicht verloren. Hoffe ich doch. Die sind dann schon erst ein bisschen feinlich. Moment. Ach, aber da kann ich auch... Kann ich nicht. Vergiss es. Äh, da. Stück. Und so. Ganz festiv. Okay. Oh, meins. Hättest du uns aufheben sollen. Bye, bye, Leute. Ihr kommt. Ihr kommt. Na, komm doch her, Kevin. Das ist ganz angenehm, glaubt mir. Oh, for fuck's sake. Was ist denn jetzt wieder? Moment, ich komme ja schon. So. Oh, Gott. Ich habe es vergessen. Strich, strich, verdrehen. Kann ich etwas Erdskäfte einsetzen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir entstehen die nicht. Das finde ich gut. Oh. Ich habe errissen, mein Brust. Vergiss ich jedes Mal. Oh, for fuck's sake. Wie viele können diese Attacki eigentlich? Und Kevin hat es geschafft. Oh, Kevin hat es geschafft. Sorry, ich mache Kevin. Ja, hierbleiben. Oh, Sackgasse, toll. Ich will das an. Zumindest ist es hier noch nicht ganz verwinkelt. Oh, einige Lava. Fuck, das wollte ich nicht. Falscher Knopf. Oh, Mann, das stimmt's hier wieder. Ja, verdammt. Stopp. Oh, auswärts. Oh, passt. Level up! Mein Level ist gestiegen. Ich bin besser geworden. Das kann doch nicht schaden, Plimper. Das kann doch nicht schaden. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das mit dem Aufschluss-Trenge mache. Ich meine, das kann man auch so schaffen, aber... Nee, ich glaube, ich renne einfach mal blind links rein. Gucken, wie weit ich komme und wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich es mit Jeet. Einfach nur, wenn ich es halt durchhaben will. Brauche ich nicht. Habe ich jetzt eigentlich Afflein gepackt? Ja, habe ich. Okay. Oder? Einen Moment. Äh. Okay, ich habe welche. Das, äh, sollte man hier nicht wiederholen. Wieder höchst professionell. Vom Besten an zu 300 Seiten. Oh, for fuck's sake. Ja, das passt jetzt gut. Oh, mein Gott. Steve. Steve! Kevin! Nein! Kevin, goddammit. Und der Panther. Okay. Kevin! Oh, Gott. Das ist unser Team, wie sehr du lebst. Parade über Spielfall und unsere Einsätze. Genau so läuft es ab. Ach, das soll alles losliegen. Hi! Ja, vielen Dank, Steve. Oh, fuck, ich habe meinen Pinguin nicht ab. Moment. Wo ist der Stein? Wo ist der Stein? Schein! Vielen Dank, Steve. Vielen Dank, Steve. Oh, ach ja. Hi! Oder so, eigentlich wollte ich es besiegen, aber okay. Ach, was soll's. Jetzt schon! Zehn mit zehn. Ja. Okay, wo ist denn das Ding? Norm. Ich weiß, glaube ich, alle, die ich im Lager hatte. Ich sollte, glaube ich, mal dafür sorgen, dass ich noch welche kriege. Gibt es noch mal welche? Äh. Ich weiß nicht, ob Abschluss-Training welche. Im Moment, er fingen es zu meinem Training welche. Ich weiß es nicht mehr. Ach, hier sind es immer Äpfel her. Äh. Da bin ich irgendwie mal auf dem Weg auf. Igal wo. Oh, fuck. Ja, ich will mich auch. Im Moment, so. Ach, Gott, dammit. Ja, vielen Dank, Steve. Au. Hey, das mach ich immer. So ein Bär. Wenn jemand anders das macht. Ja, Steve, ich hab's kapiert. Ich weib' mich ja schon. Yes, endlich. Okay. Äh, nope. Oh, ähm. Oh, ma. Oh, Steine, okay. Da haben wir doch was Gutes. Ach, bist du süß. Hast du Feuerfänger? Ich glaube, du hast Feuerfänger. Das risiko-Firgen hier ein. Ja, bitteschön. Äh. Ja, aber vielen Dank, Steve. Hi. Taste, okay. Du bist immer noch süß. Und tot. So. Weiter geht's, Steve. Puh, okay. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen essen mit den Fallen. Jetzt müssen wir schon eine Weile essen mit den Fallen, umso langsamer möchte ich es wirklich essen mit den Fallen. Und hier ist... Auch nichts. Schön. Hat sich gelohnt, da einzugehen. Das muss sogar ein schönes Scheiße für Steve. Kann ich meine Käfer und Lava anwenden? Das brauch ich auch nicht. Wird noch nie sehr für ein Eis-Pokémon. Ich meine, Lava an den Wänden. Einmal anpoken und das war's. Ach, egal. Weiter geht's. Jetzt sind wir bald da. Nicht mal als nein. Oh. Das kann ich auch. Einen Moment. Stein. Ha. Da wird erstmal eine Spinnenruhe. Ich will diesen Wurfabbewerb gewinnen. Wirst du schon sehen. Au. Na warte. Rache. Fliegstein. Ach, willst du dich mehr werfen? Hä? Du hast keine mehr. Ach, du fließt. Ja, so ja nur nicht. Komm, ich krieg dich. Ich krieg dich. Es geht nicht tot. Warte noch mal. Es gibt keinen Kommen. Hä? Was? Was hab ich noch getan? Oh. Äh. Okay. Anscheinend gibt's doch eine. Komm. Oh mein... Bläh. Und Stein erneut. Yay. Was? Okay. Das war geplant. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich auch. Oh, shit. Ein Stein. Aber was kommt denn noch alles? Das gibt's doch nicht. Oh, ich... Pfeffer, kriegst du es hin? Nein, tust du nicht. Und tust du? Ja, tust du. Yay. Wo ist das vier hier? Ich will es erwischen. Pfeffer, mach du das mal. Das hast du toll gemacht, Pfeffer. Pfeffer. Oh, Pfeffer, du bist ein Idiot. Einen Moment. Leid, mir kümmert dich drum. Oder nicht. Jetzt aber. Stein. So, geht auch. Ich versuch's jetzt, willst du gehen Real Life und ich kann nicht mehr treffen. Irgendwann so bleibe ich nämlich in Real Life. Papp. Naja, bisschen vor mir. Hörst du drauf. Wo ist das vier hin? Ich will's jetzt erwischen. Goddammit. Hierher, galopper. Nein, 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 nein. Flocht, 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 flocht. Fuck! Da läuft das Kackvieh. Oh, da bist du ja! Und du läufst da auch hin. Ach, willst du mich verarschen? Hallo! Bist du ein anderes? Ich weiß es nicht. Na ja. Ja, das warst du. Okay. Jetzt können wir weiter. Bitte keine Erdkräfte. Ich hasse diese Attacke. Oh Gott, schon wieder so eins. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das kommt einfach auf uns zu und lässt das nicht ein. Dankeschön. Oh, fuck, das wollte ich nicht. Und dann hat man Fade. Okay, hab's mit Weizenbekommen. Oh, Stein! Meins. Okay, das geht dann. Gehen wir hier lang. Und natürlich auch als Best-Standführer führe ich uns immer zum, äh, Park. Ja, genau das wollte ich sagen. Äh, okay, das Ding ist falsch. Wisschen wehr. Schon wieder, ich keine Gefahr und führe uns immer siegreich aus allen Schlachten heraus und werde natürlich niemals wegrennen oder sowas. Nein, überhaupt nicht. Wer kommt da rauf? Also bitte. Ich kann wegrennen? Also echt. Wie will ich das nicht tun? Und dabei schreien. Die ganze Zeit. Wie am Spieß. Also bitte. Wir tun sowas. Ich hab keinen Fall. Hi. Oh, Treppe. Brauche ich nicht. Wie weit ist das Ding noch? Oh, Stein, Stein, Stein. Was war das? Ach, freu ich nicht. Oh, äh, ups, Entschuldigung. Ach, das wollte ich nicht, Kevin. Äh. Oh, hi. Go, Kevin. Eingemacht. Für die ein Kekse, aber ich hab klein. Tut mir leid. Wenn ich das vergehen, hätte ich, würde ich den nicht geben. Plippel, ab hier. Was hätte ich mitnehmen? Ich brauche den nicht mehr. Ähm, das. Ah, fuck. Oh, haha. Ich hab das mit Kram eigentlich nicht mehr. Ähm. Ich hab das Ding zwar gefüllt. Bisschen geht nicht mehr mit Leberseiten und Silbeeren, aber... Ich hab fast nicht mehr wirklich was rein. Meistens. Oh, Gott. Oh, fuck. Oh, hi. Ja, äh, schön. Moment. Bitteschön. Kann ich auch. So. Weiter geht's, Team. Ich schwöre, dass wir bald da sind. Wurde auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, das kommt gut zu sagen. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, best shot forever. Der sich natürlich auch immer ganz auf sein Team verletzt. Und auch nicht in ihren Fähigkeiten zirkelt oder so. Oder heimlich spielen, der macht einfach nie zu essen. Also bitte. Ich kann die tun. Hi. Hi. Schön. Schönes Gespräch. Ich soll mich wiederholen. Oh, mach jetzt nichts, dass du so verwinkelt wirst. Oh. Das wollte ich grad sagen. Verdammt. Ich hätte Mönchlein packen sollen. Wesentlich mehr. Was war das so ein Problem? Das ist alles so auch immer. Komisch. Oh, egal. Hier geblieben. Kimpfer. So. Ein Land kommt im Team. Das wisst ihr doch. Hi. Hier ist ein Weißer, bitteschön. Das ist gegengeschön. Level up! Yay. Willst du doch mal Wasser dazu schaffen? Ich hoffe es mal. Ich hoffe es inständig. Ich hoffe es wirklich inständig. Wirklich, wirklich, wirklich inständig. Oder ich lass mich einfach da und geh als Steve. Steve will noch Absorber. Das dürfte mir doch noch einen Vorteil geben, oder? Äh. Äh. Ja, okay. Blutsauger. Stimmt. Äh, wie ist Käfer zu Wasser? Weiß ich nicht. Oh man. Ich will da nicht rein. Nehme ich die schon mal mit. Die werde ich nämlich alle wieder da verlieren. Und meine Beliebersamen. Wenn das noch wieder nicht klappt. Wie gesagt. Pflanzenteam. Scheiße! Ja, das würde ich sagen. Natürlich auch Besschernführer aller Zeiten. Der niemals fluchlose oder die Fassung verliert. Oder panisch. Irgendwas. Oh du Kackf... Ah! Ohne Worte. Ja komm her und jetzt hau ab! Nein. Push. Hi! Schön, dass wir uns jetzt immer so gegenüberstehen. Das ist was ich schon. Die lassen es halt sagen. Das hier. Oh goddammit! Geh tot, verdammt nochmal. Ähm. Yes! Finally. Oh. Ich hase diese Kackfiche. Die muss eben... Ah! Goddammit. So weggeflogen. Wo ist es? Da. Meins. So. Diese Erdkräfte. Ich hasse diese Datei. Oh man. Also das war Let's Play of Poker. Und das ist wie Dungeon. Da kunst du okay. Part 22. Kann mich dran erinnern. Yay! Danke fürs Angucken. Miep miep. Ich habe hier. Ich habe hier. Wie wird dich da.